Dein monatliches Szenemagazin präsentiert das Smack Sundance Open Air Festival. Die ultimative Open Air Party in NRW mit The Disco Boys, Die Erzen live in Concert, Plastic Funk, Mario Daraño und Bella Moore. Außerdem zeigen wir euch live das Viertelfinale Deutschland gegen Argentinien. Samstag, 3. Juli ab 12 Uhr am Baldeneysee in Essen. Weitere Infos zur Party auf mysmack.de